Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Wie öffnen wir uns für das, was sich jeder Bedeutung entzieht? Eine zweite Folge zu dieser Frage. Nämlich heute mit elementaren Aspekten unserer Welt. Zeit, Raum und Sein. Die Antwort kommt wie immer in mehreren Schritten. Schritt 1. Elementare Dimensionen der Welt wie Zeit, Raum und Sein bleiben unverständlich. Beispiel. Als Jugendliche fragten wir uns vielleicht, was war vor dem Urknall? Oder wir fragten uns, was ist eigentlich hinter den Grenzen des Weltalls? Später lernten wir, dass wir falsch fragten. Zeit und Raum waren irgendwie zusammen mit dem Urknall entstanden. Denn es gab kein Davor oder kein Dahinter. Zwar denken wir jetzt eher entlang der wissenschaftlichen Theorien, Urknalltheorie. Doch ist uns dadurch eigentlich philosophisch gesehen nichts verständlicher geworden. Zeit, Raum und Sein. Solche elementaren Dimensionen werden in manchen Situationen auf eine bedrängende Weise deutlich. Wie zum Beispiel bei solchen Fragen. Doch sie bedeuten nichts. Ihre Deutlichkeit ist von einer ganz anderen Art. Es gibt keine Bedeutungen, mit denen wir zum Beispiel die Zeit selbst erklären oder verstehen könnten. Der österreichische Schriftsteller Haimito von Dodera beschreibt den Blick in das verlassene Wohnzimmer einer Wohnung. Und daran können wir uns etwas klar machen. Der Salon, so schreibt er, der hinter dicht geschlossenen grünen Jalousien und mit eingehüllten Fauteuils, das sind Sessel, versunken, da lag. Nur das Klavier spiegelte frei, tief abgestürzt in das Innere seines schwarzglänzenden, möbelhaften Schweigens. Alles ist, nichts spricht, nichts erklärt sich. Das Elementare unserer Welt drängt sich in aller Deutlichkeit auf, doch es kann nicht erklärt und verstanden werden. Es entzieht sich jeder Bedeutung. Später im Buch wird eine menschenleere Gebirgslandschaft beschrieben. Umgebungen, die an Schweigsamkeit nicht zu überbieten, sich dennoch unaufhörlich mit Übergewalt aussprachen. In den Schluchten und Rissen nah an den Wänden des Bergs, in diesen Wunden des Walds, die jeder Frühling wieder mit dumpf trommelnden Wassermassen neu aufriss, lag jetzt, da sie sommerlich grün zum Teil wieder heilten, der verlassene und trockene feine Sand in den großen Becken zwischen glatt gewaschenen Blöcken. Längst hatten Gebüsch und Geäst von beiden Seiten das leere Bachbett neuerlich überwölbt. Auch hier stand die Zeit nicht, wenn auch viele Stunden von vielen Stunden durch nichts getrennt wurden als etwa einmal durch den piependen Schrei des hochfliegenden Bussards. Die Zeit erschien hier nur auf jene Regelmäßigkeit gebracht, wie sie der Atem eines Tiefschlafenden hat. Alles geschieht, alles tritt hervor, doch es ist an Schweigsamkeit nicht zu überbieten. Das Sein und das Werden gehören irgendwie nicht in die Welt der möglichen Bedeutungen. Schritt 2. Es geht um Weisheit, die das Nicht-Semiotisierbare, also das, was nicht in Bedeutung erscheint, offen hält. Schritt 3. Verschließen, das wäre das Gegenmodell, Weisheit, die Offenheit. Verschließen, wenn wir alles, auch das Elementare unserer Welt wie Zeit, Raum und Sein zu erklären und zu verstehen versuchen, dann vergessen wir, wir verschließen uns davor, dass sich das Elementare jeder Bedeutung entzieht. Ich nenne das das Nicht-Semiotisierbare. Hingegen, die Weisheit öffnet, Weisheit hält diese tiefe Schicht oder diesen Kern in allem offen. Es ist die Schicht oder der Kern des Unverständlichen, des Nicht-Erklärbaren, der sich in allem zeigen kann, wenn wir ihn sich zeigen lassen. Zum Beispiel in dieser Dichtung, die ich da als Beispiel hatte. In allen Dingen, in der ganzen Welt, in der elementaren Bewegung der Zeit, des Raums, des Seins, des Geschehens. Zur Take-home-Message nennen wir die Weisheit einfach Sophia, dann kann sie uns Ratschläge geben. Versucht mal, die Gesamtunverständlichkeit von allem nicht gleich als etwas Bedrohliches oder Trauriges zu sehen. Sagt zu eurem laufenden Wunsch, alles zu verstehen, auch einmal Adieu oder Stopp. Jetzt könnt ihr euch leichter öffnen für das, was sich jeder Bedeutung entzieht. Das kann eine Erfahrung von Tiefe in eurem Leben sein. Wenn ihr das immer wieder tut, kann euch das verändern und transformieren. Ihr werdet offener, eure Grenzen werden durchlässiger. Ihr kommt in eine nicht verstehende Nähe zur Welt. Das ist eine weisheitliche Lebenspraxis. Wenn ihr von dort aus auf eure Mitmenschen schaut, auch auf die aus längst vergangenen Epochen oder in weit entfernten Kulturen, dann kann jetzt eine Art solidarische Nähe über Räume und Zeiten hinweg entstehen. Wir Menschen erfahren das Elementare alle in ganz eigener und ähnlicher Weise, nämlich als etwas Deutliches, das nichts bedeutet. Wir erfahren es als eine Art Geheimnis. Wie können wir uns für das, was sich jeder Bedeutung entzieht, öffnen? Ich habe einige Aspekte des elementaren Zeitraums sein, wo ich versuche zu erklären. Und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.